Ich weiß einfach nicht, was schiefgegangen ist. Es tut mir leid. Die Behandlung, die Sie vorschlagen, wurde noch nie an Menschen getestet. Du hast es getan. Sie lebt. Ihr könnt weiterforschen, solange ihr wollt. Was ihr macht, interessiert mich nicht. Und ihr stellt mir keine Fragen, was ich mache. Im Gegenzug für meine Gastfreundschaft und eure Sicherheit erledigt ihr kleine Jobs für mich. Ich bringe Patienten hierher und die behandelt ihr dann hier unten in unserer Klinik. Das ist eine medizinische Entscheidung. Das kannst du nicht ignorieren. In der Moderne sind wir die Glücklichen. Wir verdienen mehr, bauen höher und haben ein schnelleres Wachstum als all unsere Vorfahren. Alles ist neu, besser und größer. Doch eines Tages wird der letzte Tag vorbei sein. Denkst du, ich weiß nichts von deinem Endzeitschwachsinn live. Das sind doch alles Wahnvorstellungen. Jetzt ist es so. Wir werden zusammenhalten. Die Menschen werden aufwachen. Ich danke Ihnen. Aber das sind Sie nicht. Ich danke Ihnen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020